Ich bin hier mit dem Helm und mit The Planet Toys und wünsche euch noch einen schönen Abend. Mein letztes Ziel heißt SOS. SOS. SOS, ich kann das Ufer nicht mehr sehen, hab mich hier draußen auf dem Unzean verlaufen. Und hier im Goldstrom hab ich auch mal treiben lassen und jetzt bin ich also hier und frag mich, wo es lang gehen soll. Kein Wegweiser, wenn man sieht. Und ich fürchte mal, das ändert sich auch nicht, solange ich einfach nur erwarte was kassier. Wenn man mich fragt, wärst du ganz zehn Jahre jünger? Soll ich die Zeit verschille, doch diese ist es auch. Der einzige Unterschied ist nur, dass ein Jahr damals noch ewig war. Aber heute, sie ist wie am Weg vorbei. Die Lebenslauf im Blick. Bis man irgendwann mal merkt, man wird zurück. Und man vergessen hat, was wirklich wichtig ist. Dann ist fast allein, die Erinnerungen, die Zeiten, die wir gemeinsam totgeschlagen haben. So versuche ich das Ende meiner Lüge, so weit hinaus zu zögern, wie es geht. Aber wer sagt eigentlich, dass es ein Ende geben muss? Man ist so weit, wie man sich fühlt und deshalb bleib ich bis zum Schluss, wenn wir uns sind. Und wenn alle voll erwachsen werden reden, bin ich froh, dass ich in meinem Herzen stets ein Kind geblieben bin. Und dann können wir uns, wenn wir uns also befinden. Dann geht's mir auf, wie man sich trinkt. Und dann, wenn alle voll stops, was wir ihn anschließt, Musik 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 Musik